Skytec Media Sarah durch die Nase ziehen Vielleicht schreib ich dein Buch darüber So wie Sarah zu Moment, das mach ich ja grad nur als Rap-Track verpackt Mit eloquentem Sprachgebrauch Technikersatz, heftiger Stuff Sie verticken Drogen, ficken Mütter Bei ihnen läuft wie geritzt Man könnt fast meinen, wir werden machen verlaufene Emo-Punk-Hits Sind vielleicht kein guter Rapper Ich weiß es nicht Denn mein Flow ist jetzt nicht gerade der meiste Shit Aber dennoch interessant Dich mal zu geben Wie der B-Pick von Ceradios Ich werd euch nicht enttäuschen, wie Wie, äh Ja, keine Ahnung, mir fällt kein Reihen darauf ein Du, du Blödmann Du, ja, genau Und die Hook ist schlecht geflowt von mir Habt hier keine Zeit um euch Meines geht zu demonstrieren Habt keinen Bock auf Rapper Die hier Ansagen machen Damit mein ich Deutsche, die so froh waren wie Kanacken Wollt euch nun mal zeigen Ich meine Ohrwumpf verkacke Einsiedige Reihenketten Schaut mal, was ich schaffe Denkt ich nur, weil ich mein Rap zu Humor voll verpacke Könnt ihr mich hier unterschätzen Meine Stürmer ist eine Waffe und sie schießt Meine Stürmer ist eine Waffe und sie schießt Das ist eine Waffe und sie schießt Das ist eine Waffe und sie schießt